Zwei Tage über 30 Konkurrenzen, eine Sportart. Erstmals seit 2020 finden die Berliner Seniorenmeisterschaften im Tischtennis statt. Nach drei Jahren Zwangspause freuen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dieses Wochenende in der Paul-Heise-Straße. Ich freue mich riesig, dass nach drei Jahren endlich wieder die Berliner Meisterschaft der Senioren stattfinden konnte. Und man sieht ja alte Bekannte endlich wieder und kann in den Wettkampf gehen. Viel Freude und Sport. Also ganz toll. Fand ich toll heute. Aber natürlich steht der Sport im Mittelpunkt und da ist die Freude beim Ausrichter vom Olympischen SC besonders groß. Sascha Putzke schafft es mit seinem Doppelpartner Thomas Riedl von den Füchsen Berlin bis ins Finale der Senioren45. Aber es kommt noch besser. Rainer Ritter sichert sich den Titel bei den Senioren60 und setzt sich im Endspiel gegen Wolfgang Soluck vom SC Siemenstadt durch. Ja, das bedeutet mir eine Menge, weil ich weiß, wie viel Engagement und Arbeit hier von vielen Freiwilligen in die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung investiert wird. Deshalb freue ich mich natürlich ganz besonders, dass der ausrichtende Verein dann eben auch in Teilen auch Erfolge einfahren kann. Nina Priebe vom TTC Neukölln darf gleich zweimal feiern. Sie gewinnt nicht nur die Einzelkonkurrenz der Damen40, sondern auch die Doppelkonkurrenz gemeinsam mit Berit Haig vom SV Berliner Brauereien. Also der Plan war schon, die beiden Titel zu holen. Aber dass es geklappt hat, ist natürlich umso schöner. Das Finale bei den Senioren40 könnte spannender nicht sein. Erst im fünften Satz kann sich Leo Stienen vom Köpenicker SV Ajax gegen Vincent Renaud vom SC Eintracht Berlin durchsetzen. Für Stienen ist es die erste Teilnahme gewesen. Ja, das war ein super Finale, glaube ich. Starker Gegner, auch ein großer Kämpfer insgesamt, großer Kampfgeist. Und ja, ich wusste, ich muss jetzt einfach mein Bestes spielen, um überhaupt zu gewinnen noch. Und dann habe ich immer an mich geglaubt und es hat am Ende auch dann doch noch gereicht. Ich habe mich sehr gefreut. Dreimal Endspiel heißt es für Ines Dietrich vom SV Lichtenberg 47. Zuerst kann sie mit Silvia Thiele vom TTV Friedrichsfelde das Doppelfinale der Damen 60 gewinnen. Anschließend stehen sich beide im Endspiel der Einzelkonkurrenz gegenüber, welches Dietrich mit 3 zu 1 Sätzen für sich entscheiden kann. Zweimal Berliner Meisterin und Vizemeisterin im Mixt mit Gunter Gerlach. Ich freue mich riesig. Mein großes Ziel war, mich zu qualifizieren für die Norddeutsche Meisterschaft. Und mit dem Erreichen des Halbfinales habe ich es geschafft und dass noch der Berliner Meistertitel rausspringt, freue ich mich riesig. Bin happy. Neben Ines Dietrich haben sich natürlich auch alle anderen Siegerinnen und Sieger einen Platz für die Norddeutschen Meisterschaften gesichert. Hier haben wir noch einmal alle Erstplatzierten der über 30 Kategorien für euch aufgelistet. Die Norddeutschen Meisterschaften werden am Wochenende vom 11. und 12. März in Ahrensburg bei Hamburg ausgetragen. Der Berliner Tischtennisverband hofft auf bestmögliche Platzierungen und auf mindestens eine genauso gute Stimmung wie bei den Berliner Seniorenmeisterschaften 2023. Untertitelung des ZDF für funk, 2017